Moin Leute, heute dreht sich alles um The Witcher, nämlich die Serie, die jetzt auf Netflix startet. Ja, und darum gibt's halt jetzt im Nerdcheck eine kleine Review. Natürlich hier alles spoilerfrei, aber worum geht's erstmal? The Witcher basiert auf der meistverkauftesten Fantasy-Buchreihe und ist eine epische Geschichte von Schicksal und Familie. Die Geschichte der miteinander verflochtenen Geschicksale dreier Individuen in der weiten Welt des Kontinents, in der Menschen, Elfen, Hexer, Gnomen und Monster ums Überleben kämpfen und wo Gut und Böse nicht leicht zu identifizieren ist. Vorbild muss man sagen, Henry Cavill, den man ja natürlich kennt als Superman oder aus natürlich, sagen wir mal, Mission Impossible Fallout, spielt hier Geralt von Riva, der natürlich das Hauptteil ist für diese Saga hier, diese Witcher-Saga. An seiner Seite spielen aber auch auf jeden Fall noch mit die Hauptdarstellerin Anja Kshalotra als Jennifer und Freya Allen als Ciri. Ja, ich kann einfach nur sagen, ich durfte natürlich fünf Folgen vorab sichten. Es gibt natürlich acht Episoden, die gehen teilweise so 60 Minuten, die folgen. Und ja, was kann ich dazu sagen? Natürlich spoilerfrei, ich darf noch keine Spoiler-Kritik hier üben. Ich würde aber sagen, drei Tage lasse ich mir Zeit und dann mache ich da so eine Spoiler-Kritik zu, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ansonsten bleibt erstmal hier die spoilerfreie Kritik für euch. Kommen wir erstmal zu der Umsetzung dieser Mystery-Serie. Ich muss einfach sagen vorweg, ich kann natürlich nicht so viele Schlüsse ziehen, weil ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe auch kein Spiel gespielt. Nur mal angezockt. Deswegen weiß ich nur ungefähr, also ich sehe natürlich sehr viel von The Witcher, wie sieht denn so die Gestalten aus, wie sieht Geralt aus, wie sieht Ciri aus. Habe ich so ein bisschen geguckt und natürlich recherchiert und habe das so ein bisschen gleich gezogen. So wollte ich aber auch sagen, dass die Umsetzung gar nicht schlecht umgesetzt wurde. Natürlich so die Kulissen und die Kostüme sehen sehr cool aus. Auch was jetzt mal aus dem Look von Henry Cavill gemacht hat, der halt ja als Geralt von Riva da den spielt. Und es ist nicht schlecht. Es ist wirklich nicht schlecht umgesetzt. Man steckt auch ein bisschen Geld drin. Das merkt man auf jeden Fall dieser Serie an. Die natürlich jetzt aber drei Folgen, komme ich auch bis später zu, ein bisschen zu kämpfen hat. Mit anderen Problemen, der die sehr viel auf die Background-Story gehen möchte. Aber das wird gleich nochmal ein bisschen in anderen Themen hier nochmal aufgeteilt. Aber ansonsten kann ich sagen, dass die Charaktere, der sie seien, haben sie schon ganz gut getroffen. Kommen wir zum Punkt Action. Natürlich, wie ihr wisst und wie ich auch eigentlich weiß, ist ein Witcher in der Serie oder, äh, nicht in der Serie, im Spiel ist es ja auch ziemlich blutig. Ist natürlich sehr viel Action drin, da passiert sehr vieles und ist es ja auch. Wenn es so wirklich dann zu kämpfen kommt, sind die cool gemacht. Die Choreos sind wirklich nicht schlecht umgesetzt. Da haben sie gute, sagen wir mal, auch Slow-Motions drin. Sieht cool aus auf jeden Fall, wenn da das Schwert schwingt, ne, Geralt von Riva. Und, äh, sag mal, am Schluss Folge 4, 5 nimmt es richtig Fahrt auf. Da kommen es richtig coole Sachen, so Richtung wie Game of Thrones, so ein bisschen. Kann man es nicht vergleichen, sind so ein bisschen andere Sachen. Aber natürlich sind das beide Fantasy-Serien. Aber da muss, muss ich ganz ehrlich sagen, zieht Switcher natürlich den Kürzeren. Kann natürlich im Verlauf und noch ein bisschen geiler werden. Weil Folge 6 habe ich ja nicht gesehen. Aber was Folge 4 und 5, sag mal, in Action gezeigt hat, das war schon nicht schlecht. Ja, kommen wir zum Punkt Spannung. So, überhaupt, sag mal, die Story, wie an sich die, sag mal, ist. Das ist so ein bisschen, da muss ich sagen, das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Die ersten drei Folgen sind schon sehr, sag mal, langsam im Pacing. Wollen so ein bisschen viel erzählen. Wenn ihr überlegt, drei Stunden lang gibt es Background-Stories, so jeden Charakter. Hätte man vielleicht ein bisschen kürzen können. Und hätte ein bisschen mehr, vielleicht Action reingepackt. Es gibt natürlich Action, die sind in den ersten drei Folgen. Aber ab 4 und 5 geht es eigentlich richtig erst los, wie ich da schon gesagt hatte. Und da muss ich einfach sagen, die Story an sich ist nicht schlecht gemacht. Ich dachte auch so, weil da man erfährt halt sehr viel über diese Charaktere. Aber es hätte nicht so dolle sein müssen. Man hätte auch ein bisschen das abkürzen können. Aber so die Story um Ciri, die war schon ein bisschen verwirrend gewesen. Für mich selber als Einsteiger, muss ich einfach sagen, Einsteiger haben es hier wirklich sehr schwer, finde ich. Und natürlich Gerard von Riva, das wird alles so ein bisschen aufgeklärt. Ist auch okay, aber es wird richtig spannend. Ab Folge 4. Schauspielerisch ist das so ein bisschen auch alles von durchwachsen bis gut, sag ich mal. Für mich hat einem soweit wirklich, ja, ich meine, wie ich das so ein bisschen gelesen habe oder auch noch weiß, ist Gerard von Riva eher so ein Wortkarger, das Hexer, der sehr wortkaragt, der nicht viel erzählt, sag ich mal. Und das macht hier auch Henry Cavill eigentlich ganz gut. Und die tiefe Stimme, die er so hat im O-Ton, ich habe auch die deutsche Synchro gesehen, kann man eigentlich ganz gut beide anschauen. Und das haben sie auch eigentlich ganz gut umgesetzt. Die anderen Schauspieler sind da, wie gesagt, auch die Jennifer, halt gespielt von... Muss ich selber nochmal gucken. Das ist ja die Anja Charlotra oder Carlotra. Die hat das auf jeden Fall auch ganz gut gemacht. So ein bisschen diese Dramaturgie und so weiter. Fand ich auf jeden Fall auch gut. Und die anderen sind eher so, ja, solide auf jeden Fall im Schauspiel. Effekte ist so ein bisschen der kleine Knackspunkt. Der kann wirklich von, sag ich mal, richtig schlecht bis hin zu gut sein. Wenn man es einstört, sieht das immer richtig gut aus. Sind aber irgendwelche Kreaturen, die wirklich so ein bisschen monsterhaft erscheinen. Da sieht das teilweise, CGI ist schon ein bisschen billig aus, ne. Das muss man einfach so ein bisschen so sagen. Da hätten sie schon besseres Motion Capturing nehmen können. Aber das ist dann leider einfach wahrscheinlich im Budget nicht drin gewesen. Bild und Sound. Bild ist wirklich, wirklich habe ich ja gesagt, so die ersten drei Folgen sehr starke Color Grading Probleme. Das Bild viel zu hell, nicht so Hollywood-mäßig. Ab vier, komischerweise wahrscheinlich, weil ja auch die Regisseure halt wechseln, ist das Bild auf jeden Fall besser. Und der Sound ist soweit eigentlich ganz gut die ganze Zeit. Meine Musik muss sich ein bisschen anfreunden, aber die ist ja auch so, diese Doodle-Musik, diese Fantasy-Musik, die ist ja in den ersten fünf Folgen überhaupt überall drin, ne. Aber das ist doch so ein Spiel, ich habe es recherchiert. Ich habe jetzt gedacht, wollen die mich verarschen, was ist das für Musik? Die passt ja mal gar nicht, aber so ist es halt. Die Vorlage gibt das halt her. Ja, so bleibt die Musikgeschmackssache natürlich mittelalterlich. Es ist ja auf jeden Fall, wenn man den ganzen Punkt zusammensetzt, kann ich es natürlich noch nicht bewerten, weil ich habe ja nur fünf Folgen gesehen von acht. Aber ihr merkt schon, es ist eine solide Serie, die man sich anschauen kann. Ihr könnt es euch auf jeden Fall jetzt, ich glaube heute oder morgen, könnt ihr euch die anschauen. Habt viel Spaß bei der Serie. Könnt ihr mal gerne in den Kommentar reinschreiben, was ihr von dieser Serie haltet. Und dann bin ich raus und dann schaut mal bei den letzten Videos vorbei. Dr. Sleeps Erwachen sei mal Ende erklärt. Und natürlich auch zu Star Wars wird noch was hier kommen. Ich denke mal morgen oder übermorgen auf jeden Fall und vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage. Bis dann und schau und bam! Bis dann!